oder diese sowas von siehst du eine frau arbeit die ganze zeit ganz rechts also von der rein bunte seite aus ganz rechts von euch ganz links ich bin rechts aggressiv rechts rechts aggressiv ok links dem was auf dem auf der wird auf dich geläutert ich bin tot ob wir sind uns alle einig dass wir da richtig reingeschissen haben ja luke wenn du auf dem soll bis preußen gf alles klein wir werden mal die seiten wechseln lukas geht in die mitte harbert nach rechts hat er schon hergeschrieben ne perfekt ist plus 1 erlaubt nein aber die können noch ein machen welches welcher server ein nummer eins passwort ist gf alles klein ich glaube die checken lassen mich ah der muss doch rüberführen ne der ist doch gut da macht wir aufstellung anders luk tauscht mit sebastian und lukas tauscht mit leute lukas tauscht mit links nach links nach links nach links nach links aus na link ist dem preußen wirst du die aufstellung machen muss erst mal so lassen oder erinnern wir sind so wie eben ja das hat ein kip fest okay wobei wir mal luke haben sebastian tauscht mal user join the channel ja ein nummer eins passwort ist ganz gerne zu schauen aber wir verlieren ach so na wenn du da bist kannst du rein aber ich bin da hatte schon er geschrieben jetzt hat er erst ins weg hatte rechte seite wieder pushen sehr schön wir haben einen hinterein hinter uns hinter uns locken topen absprechen hat ein bisschen länger einfach an was ihr für einen schlag macht und wechselt sich jetzt kommt oder so ich nicht gleich auch schon nochmal ich musste ganz zurück dann geht es weg wenn du ganz kurz kommen mal näher zu mir auf die linke seite einer von dem muss noch aus perfekt mal schauen ob sich checken ist das spiel war nicht fürst du denn das zu 50 dann kommt anzug eigentlich wie viele zuschauer haben wir fünf von uns vier von den fünf von denen auch ja okay wieder rechts da kann mich nicht dazu zwingen meine leute reinzumachen da ist die motivation wieder 2 2 gut meistens ist doch ausgeglichen mehr heißt wieder da ist lukas ganz gern reinkommen hat er redig geschrieben jetzt jetzt hallo rechts frisch hast du nur blocken 3 2 für uns ja zu mir kommen jetzt reicht auch so nachdem man nach außen willst du bleiben ja da jetzt mehr absprechen und dann passt das haben die ready geschrieben du kann dich noch unter mit der taugung bisher noch nicht ja ready ist dann die sind so lost links push zusammen wenn wieder sehr schön blocken bei dir lebt man echt gefährlich sebastian soll ich einfach das übernehmen mit dem starten wie meinst du ach so jajaja mach du mach du mach du mach wollen wir so bleiben oder ja haben die ausgewechselt die haben alle ausgewechselt die lassen halt nicht ihr dgl spiel mit ihm spielen deswegen ach jetzt ist er drin perfekt jetzt musst du es nicht mehr machen evo links push auf geht's kameraden gehen rechts aggressiv nein sorry oh scheiße das war wohl das karma für meine bemerkung dann komm rein perfekt rechts borsche rechts borsche rechts rechts rutsch rechts rutsch rechts rutsch einfach links zurück hinter dir auch Lukas Lukas du wixer trägt nicht keine einzige kämpfe absprechen sehr schön rauf geht's kameraden rutsch 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 und danke für den kohler anzug also klappt das wir haben da jetzt 23 mal aufgaben ein bisschen nach links wo ist er jetzt sind wir noch rechts und rechts immer noch ganz gut links posch wieder asuna bedocken ich mache unten geh hinter mich leute viel viele teamkits den doppeln wir haben den können wir machen nur drei leute wir haben sich in der letzten runde sehr massiv in der mitte geballt ich glaube wir müssen drauf achten gleiche ausstellung falls ja jetzt noch mal durch habe ich richtig angestellt habe aber ich habe danach noch ein neues wasser machen mehr freiraum machen perfekt von rechts zweiters blieb links zusammenspielen zusammen finden arbeit gleich rechts hinter dem es ist alleine harvard Ah, schade, aber gut gemacht. Die hatten immer Glück, die haben immer noch... Der Mann, der vor mir stimmt, geblockt bin, ist in anderen Wechselmotor. Tut mir leid, Lukas oder Luke Dermann, ich weiß nicht, ob das ist. So, Seitentausch. Immer noch mehr Mitte. Ich hab das so verwirrt. Sieh immer noch gleich in Position? Ja. Immer noch ganz längs. Aber hast du auch, wir pushen links wieder. Achso, nur blocken. Links push? Ja, links push. Wenn wir in die Situation sehen, dann können wir rein. Ach so, wir brauchen noch Löwen. Lukas, die links sind. Hat dem Hit mitgegeben. Achso, dann können wir machen. Blocken. Gesamtfindner. Hier oben, 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 oben. Ihr. Ah, ich... Merk in der Tür. Ich bin durch. Nein, ich bin durch. Nein, ich bin durch. Nein, ich bin durch. Einfach voll Spam. Treffen. Eroh. Den Los, da ich den Zoll gepumpt hab. Sorry für den Kopf. Jungs. Jungs. jetzt mal an der Stelle alle ganz kurz durchatmen. Was passiert ist, ist passiert in den Runden. Regt euch nicht zu sehr drüber auf, konzentriert euch weiterhin. Okay? Ihr kriegt das hin. Ganz ruhig bleiben. Wir haben einen Seitentausch gemacht, oder? Fließ jetzt links. Dann rutschen wir rechts. Folgt Karacho rein, oder? Ja. Probierst du mal auf den vierten von rechts zu gehen, Lukas. Also gehen wir in der Mitte. Also aufpassen, Lukas. Wir pushen rechts. Ah, hinter uns. Fließ jetzt, oder? Wie viel hat der denn ausgehalten? Hier. Das war die zehn. Naja. Ah, mein Gott. Guter Name. Gott, Chris. Blei immer noch links. Vielleicht schon 11? Blei ist jetzt von euch aus gesehen wieder ganz links. Okay. Ich werde den wieder mit Sebastian aufhalten. Das klappt immer gut. Für König und Vaterland! Oder sollen wir ihn mal fronten? Hm, das ist mir zu quälig. Das hat bisher geklappt. Also machen wir es wieder. Rechts push! Achtung, Harald. Sorry. Nicht mehr aggressiv. Zurück, zurück. Sebastian, zurück, 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 zurück. Nach links. Äh, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Sorry. Ach, trock. dirk. Ach. 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 uns denkt man wenn es zurück geht wird auch zurück egal wie gut die chance ist egal ist passiert denkt trotzdem daran hört auf die kurz ich mache sie nicht ohne grund lehran gleicher position links wir konfrontieren wir probieren es mal hier oben also noch die ganz noch nichts heftigen absprechen keine einzelkämpfe der letzten noch absprechen warum der täglich um aufpassen ist von euch aus gesehen ganz rechts hat er schon links sammelt euch keine einzelkämpfe wie kann sein dass er immer als selbst überlebt weil er defensiv spielt oder weil wir nicht auf seine seite pushen und wenn wir gegen ihn pushen spielt er defensiv und weil er gut blocken kann oder das auch unter der lack hat letzte runde hat er von 97 softspots gefressen alles was geht wieder in gleicher position wir pushen rechts die rechts doppeln ich mache oben bitte durch hinter dir das ist wie das wieder ein Puck sein kann, alter Vor allem, er hat an dir vorbeigeschangen und hat mich getötet Steht's? 15, ja 15 Moment, haben wir gewonnen, oder nicht? Oder? Ja, haben wir gewonnen, aber es steht momentan 13,4 Nein, stimmt, es steht 13,4 Ah ja, es ging ja bis 8, ja Stimmt Lehn bist du in der gleichen Position Also rechts? Von euch aus gesehen ganz rechts Ich überleg grad, sollen wir wieder oder überlängst Arbeit, was meinst du, links oder rechts Wir fahren nicht gut, wenn wir gegen ihn gehen Der hält uns zu lange auf Ja, okay, dann links Ich meine Theorie, die Bonscht sich mal sehr in der Mitte, da hört man halt gut rein Hmm, da wollen wir nicht noch mehr Grund gehen, die verlieren Das Safe spielen wir genau Ja Links, Porsche Den Deder angrenzen sich, den Apfel 2 nehmen Und du, sag doch was bitte Ja Zurück, 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 Asuna Auf den Linken Jetzt rechts, sehr schön Mach unten Pass auf Pass auf Pass auf Na, wo man will Alter Du musst dir aufpassen, weniger zu viel wird nicht so Du hast Tüchen durchgeschlagen Ich hab durch und durch mein T-Mail geschuldet OIT 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 Ich war ein Kackgeist, ja Lee ist momentan zweite Person von rechts von euch ausgesehen Nix Nix Bursch Läuft alle nicht von mir weg Sehr schön, Asuna Achtung, Asuna Achtung, Asuna Asuna Toysfam einfach, sehr schön GG Aber, bleh So ein bisschen 4 Hätte man da sein können Alles Please schuld GG nochmal Hier Sehr schön Ihr könnt jetzt selber leften, bitte noch nicht den Teamstick leften Ich hab noch einige Sachen zu sagen Wird sagen unentschieden, hat er geschrieben Machen wir unentschieden Hat niemand geschrieben Mit dem XD dahinter Das war als Witz gemeint Aber die waren härter, hat er wartet Die waren härter, hat er wartet Nein, die hatten nur Blee Ihr seid nicht nur in Blee gestorben Ich glaube Blee ist noch nicht mit dem in dem Regiment drin War aber nicht nur Blee da gefährlich, war teilweise Mammon Ja, Nickman auch, aber das lag Ja, wie gesagt, ich sag gleich noch was dagegen Ja Die Standardmap jetzt? Ja, kannst du wollen machen Für morgen Aber ich kann nicht auch machen Alles gut Okay So, dann sag ich jetzt noch eine Kleinigkeit zum GF Und die Teams eigentlich nicht Na naja, ist jetzt auch Ähm, es war absolut zu viele Teamkits Also, wenn wir gegen einen besseren Gegner gespielt hätten Dann hätten wir mehr verloren Ähm, allgemein war die Leistung gut Ähm, Kommunikation war bei einigen gut Bei einigen Mitteln Bei einigen schlecht Aber bei den Leuten, wo es schlecht war Weiß ich, dass sie eh nicht viel reden Ähm, vor allem im GF sollte man aber reden Probiert daran zu arbeiten, vor allem in GFs Ähm, Ansagen waren heute gut Vor allem das mit dem Hinten kommen Das lag aber auch teilweise an unseren Spectatorn heute Dank nochmal an Evo fürs Aufnehmen Und an Balin und an zu Fiori Kolz Ähm, ja, ich hoffe, dass ich nächste Woche noch ein GF ausmachen kann Gegen das fünfte KGR Ähm, ja, falls Balin oder Harald was sagen wollen Könnt ihr gerne jetzt auch noch was sagen Ne, an meiner Seite jetzt Ich bin auch soweit mit deinem Aussagen übereinstimmt Ähm, da ihr habt ja gerade erfahren Evo hat aufgenommen Wir werden es uns in den nächsten Tagen anschauen Aber da werde ich auch noch was in den Gruppenchat schreiben für die GF-Leute Also schaut mal rein Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt Wann beginnt das GF Wer ist der Gegner? Dann schaut doch bitte BITTE Schaut in den Gruppenchat rein Schreibt das jedes Mal in die Terminankündigung rein Dann muss man immer erst wieder öffnen Dann muss man immer erst wieder öffnen Und den Termin wann das stattfindet Beziehungsweise nicht der Gegner Aber wann das stattfindet Steht der uns wöchentlich auf der Internetseite Genau Sonst habe ich nichts zu sagen Gut Also wenn ihr gehen wollt, könnt ihr jetzt gehen Okay Lassen Jo, tschau User disconnected from your channel Müsstet ihr nicht eingespielt sein jetzt danach? Na gut Auf